Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einer kleinen Airbrush Sandstrahlpistole Rost sehr fein und sehr punktgenau entfernen können. Wir verwenden hier ein Aluminiumoxid, das extrem fein verarbeitbar ist. Wie Sie sehen, ist die Anwendung relativ einfach. Der Arbeitsdruck, mit dem wir hier arbeiten, liegt bei ca. 4 Bahnen. Strahlen Sie auf kleine Roststellen und Steinschläge mit der Sandstrahlpistole so lang auf den Punkt, bis die Stelle grau und matt erscheint. Beim Sandstrahlen wird die Molekularstruktur der Oberfläche zusammengestaucht, was einen hervorragenden Rostschutz darstellt. Es gibt kaum eine Möglichkeit, eine Lackreparatur oder einen Lackneuaufbau besser vorzubereiten. Nach dem Sandstrahlen können Sie ganz normal grundieren, füllern, spachteln und lackieren.